Ich komme wieder und hole dich. Ich war so schrecklich einsam. Ich habe euch unfassbar vermisst. Und dann war aus mir plötzlich diese hässliche Oni geworden. Sagt mir, aus welchem Grund werden Menschen zur Oni? Sehnsucht, Besessenheit, Verlangen. Wenn sich Gefühle im Herzen eines Menschen anstauen, verwandeln sie sich in Oni. Da ist er. Ein Oni muss bis tief in sein Herz hinein exorziert werden, hört ihr. Wir werden Spaß haben wie schon lange nicht mehr. Mein Lieber sei mir.